1945 bedeutet, wir sind wieder live mit Mario 64 und bedeutet auch, die Mario 64 Woche geht los. Ja, eine ganze Woche, Super Mario 64, in der wir auch hoffentlich dann mit dem Spiel fertig werden. Ähm, sagen wir wecken Mario jetzt endlich mal auf, er hat, ähm, ja wie lange er ist gestorben. Ja, dann kriege ich wie lange, nach wie vielen Minuten steckt er ein? Direkt nach dem Stream, äh, ich, äh, ja, wie, ich bin hier im Spiel geblieben. Äh, welche Seite bin ich denn jetzt? Hier. Okay. Und, ja, wenn ich hier gucken kann. So, mal schauen, was soll ich denn bekommen, den Stern zu holen? Ich hoffe doch sehr. Ja, das ist okay. Wir hatten schon zweimal die roten Münzen zusammen. Aber das müssen wir wieder hinbekommen. Und warum ist die Bitch-Ride so fürchterlich? Was ist denn da los? Oh, jetzt geht's wieder. Oh, okay, alles gut. Alright, gut. Dün, dün. Ernst, aber was ist denn da los? Ist mir doch extra... Verstöre mich ein Problem, oder warum ist es jetzt so fürchterlich? Gut, das weiß ich irgendwie, wird es wieder von alleine hochgestellt. Äh, war ein Nat. Ausgabe. Nee, also ich nicht. Na, geht gleich hoffentlich wieder niedriger. Oder bin ich im falschen Dings? Nee, ist schon richtig. Okay. LOL. Warum sind so viele Time-Drops? Was soll das denn? Nicht irgendwie mit dem richtigen Ding verbunden? Doch. Ja, warum sind das denn so viele Framendrops? Was ist da los? Warum? Was soll das? Ja, 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 ja. Mehr mit den anderen Ding, oh? Untertitelung des ZDF, 2020 Okay No 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 No